Herzlich Willkommen! Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt, Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Diese Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell euren Legung bekommt, selbstverständlich anonym. Liebe Liadella, ich grüße dich. Deine Frage ist, ob du und dein Wunschpartner zusammenzieht. Und genau das schauen wir an. Diese Karte in der Mitte gibt schon die Antwort, ja, weil das trägt Früchte. Aber so wie eine Früchte auch Zeit braucht, bis reif ist, ihr braucht auch noch Zeit. Die Zahl 12 hat auch eine Bedeutung. Das könnte ein Hinweis sein, dass ihr bis Dezember so weit seid. Oder wenn wir einen größeren Zeitraum nehmen und die Zeit ein bisschen großzügiger bestimmen, dann bis ein Jahr. Aber ihr seid dabei. Also das ist der Weg. Und das Endergebnis ist, es trägt Früchte. Das heißt, ihr zieht zusammen. Jetzt die Augenblick-Situation, die Gegenwart. Diese Karte zeigt deine Haltung. Die Zahl 4 zeigt die Bedürfnisse nach Sicherheit, nach Stabilität, nach Struktur. Und auch die Erde-Element zeigt genau in dieser Richtung. Du brauchst Beständigkeit, auch Bestätigung. Wie verhält er sich im Gegenwart? Kann er dir jetzt schon diese Bestätigung geben? Das zeigt dieses Bild. Die Zahl 8 bedeutet, Achtelbahn, die Gefühle, Höhen und Tiefen, Höhen und Tiefen, Hin und Her, das entspricht seinem Gefühlszustand. Das hat mit dir direkt gar nichts zu tun. Wenn du hier diese Pflanze anschaust, dann könnten wir sagen, das ist die Zahl 7 und das zeigt die Chancenmöglichkeiten. Und er sieht das auch als gute Chance, seine Möglichkeit zusammenzuziehen. Aber schau mal seine Haltung an. Er versteckt sich unter dieser Pflanze. Das heißt, er schaut nicht die Chancenmöglichkeiten an, sondern so wartet, sie wird das schon sagen. Muss ich jetzt eine Entscheidung treffen? Nein, ich kann jetzt nicht. Das ist mehr so hin und her. Das bedeutet mit anderen Worten, er spürt, wie wichtig das wäre. Zusammenziehen, das zu besprechen. Und er sieht auch als Chance, diese Liebe zum Leben. Aber er ist mit dieser Haltung im Augenblick nicht bereit, Entscheidung zu treffen, sondern er begibt das dir, diese Entscheidung. Wohl, wer sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild. Das ist ein König. Männlich. Und männliche Energie haben wir Frauen auch. Und das bedeutet mehr im Verstand-Ebene und weniger im Gefühlsebene. Also betrachte die ganze Situation sachlich, ohne Emotionen, ohne verletzten Gefühlen und bestimme die Richtung. Das heißt nicht, dass du ihm etwas vorschreiben sollst, sondern sei du aktiv in diese Richtung. Jetzt nicht mit Tür ins Haus rennen, weil du sollst auch geduldig sein, aber immer wieder erwähnen, aber mit einer Bestimmtheit. So wie ein König etwas sagt, das hat eine Bedeutung. Ein König vermittelt das nicht unsicher, sondern beherrscht die Worten. Und das sollst du auch tun. Ja, wie denkt er über die ganze Situation? Das zeigt dieses Bild. Er möchte mit dir zusammen sein, ja. Aber die Entscheidung, er will diese Verantwortung nicht tragen. Nicht, dass du später sagst, du wolltest, dass wir zusammenziehen, weil es vielleicht nicht so gut läuft. Und das sind seine Ängste. Diese graue Farbe im Hintergrund zeigt seine Unsicherheit und seine Ängste. Was liegt im Verborgenen? Bei dir, bei dir zeigt sich hier die Spiritualität. Was heißt diese Spiritualität? Dass du energetisch das stärken sollst. Deine Vorstellung, deine Gedanken. Weil die Gedanken haben auch Mächte. Stell dir das vor, dass ihr schon zusammen seid. Und sei davon überzeugt. Das ist nur die Frage, die Zeit. Aber wenn du das vertraust, vertraust, das Fluss des Lebens, kommt alles in Bewegung. Und das zeigt dann deine inneren Stärke, deine inneren Überzeugungskraft. Und sein Verborgenen, sein Inneren ist dieses Bild. Hier erscheinen auch die Münzen. Und die Münzen haben einen Bezug zum Erde-Elementum. Das sind schon die Taten, die Realität. Und vermittelt auch Sicherheit und Stabilität. Und das entspricht seinen Bedürfnissen auch. So wie er das auch fühlt. Und diese zwei Pflanzen hier, siehst du diese gelbe Farbe, das ist du und er. Ihr gehört zusammen. Aber diese dritte, irgendwie sieht das anderes aus. Das kann seine Erinnerung sein, kann auch seine Ängste sein. Das heißt, er ist innerlich unsicher. Und er drückt sich vor Entscheidungen. Er will diese Verantwortung nicht nehmen. Das heißt, du bestimmst die Richtung. Du lenkst ihn, dass er wirklich zusammenzieht. Und zweifel nicht daran, weil das entspricht auch seiner Wünsche und seiner Vorstellung. Aber er verhält sich passiv. Liebe Liadila, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für die Treue.